Lena und Melli, schaffen Sie in zwei Minuten sechs Pulleien ziehen? Wir glauben nicht. Melli sechs Pullis anzuziehen. Die Herausforderung dabei, sie sehen nichts. So, jetzt muss der Kohl. So, der Kohl durch. Na, was ist das? Was ist das? Das war's, ich hoffe. Ach, du ziehst jetzt. Das war's, ich hoffe. Ja. Ja, nächstes Mal. Oh, ich schluss. Oh, ich schluss. Also, warm dich los. Mein Dick kommt hier. Mein Dick kommt hier. Schnell, schnell, schnell. Jawoll. Ich schluss! Ich schluss! Merry Christmas! Bis zum nächsten Mal.